ich grüße dich schön dass du wieder einmal aufgedreht hast ja bald können wir wirklich darüber sprechen was wir machen können was wir nicht machen können und so weiter aber ich freue mich schon wie gesagt auf die tolle und schöne zeit auch egal ob es jetzt wieder stürmt und das ganze ich bin eher mehr für frieden aber man lässt mir definitiv keine wahl wenn es mir zu viel wird dann muss ich ein bisschen über die stränge schlagen und das wissen auch die meisten und ich kann nicht tatenlos zu sehen wie man mir völlig auf dem senkel geht oder wie wir sagen auf den zeiger geht ich kann da wirklich nicht mit zu sehen und ich habe ja gesagt wir sollten alle in frieden miteinander zurecht kommen aber die meisten menschen haben es nicht kapiert sie werden es auch nicht kapieren und ich klinke mich jetzt mal ab ich wünsche euch allen noch einen angenehmen tag und menschen sind verschieden wisst ihr